Shake it down! Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zedio und ich habe ein neues Video für euch. Und zwar in diesem Video möchte ich euch keinen einzelnen Outfit-Clitch zeigen, sondern ich möchte mit euch so ein komplettes Paket erstellen, wo einfach mehrere Outfit-Clitches zusammenkommen, auch ältere, neuere, alles mögliche. Vielleicht kennt ihr den einen oder anderen noch nicht. Und dazu möchte ich halt jetzt ein komplettes Video machen, wie ihr euer Outfit selber erstellen könnt. Im Hintergrund seht ihr schon mal ein Beispiel, was ich mir jetzt mal überlegt habe, was eigentlich ganz lustig aussieht und so in der Art auch noch nicht gesehen habe. In dem Outfit sind jetzt mehrere Glitche kombiniert und ich möchte einfach von A bis Z ein komplettes Outfit mit euch zusammen erstellen und es euch natürlich zeigen. Und ja, bevor ich jetzt lang rumrede, fangen wir jetzt am besten gleich mal an. Als allererstes geht ihr jetzt in irgendein Apartment, das kann auch das CEO-Gebäude sein, müsstet ihr theoretisch auch auf der Yacht gehen und geht dort an euren Kleiderschrank. Dann geht ihr auf Oberteile, geht dann auf Westen und kauft euch den Marine-Blauer QB-Polunder. Wenn ihr euch den angezogen habt, dann speichert ihr genau dieses Outfit, so wie es jetzt im Moment gerade ist und merkt euch halt diesen Namen von dem Outfit. Danach geht ihr wieder zurück auf Outfits, auf Heist-Overrolls und zieht euch irgendein Quarantäne-Overroll an. So, wenn ihr den Heist-Overroll dann anhabt, ja nicht speichern, einfach nur anziehen, müsst ihr diesen Glitch an dem Fernrohr hier machen. Für die Leute, die es nicht wissen, was ich damit meine, zeige ich euch das gerade mal im Hintergrund. Und zwar, ihr stellt euch so an das Fernrohr hin, so ein bisschen weiter weg, rennt an dem Fernrohr vorbei und drückt dann einmal das Steuerkreuz nach rechts. Dann würde er theoretisch an das Fernrohr hingehen, macht es aber nicht. Dadurch könnt ihr das Interaktionsmenü öffnen und geht dann unter Steel Outfits und zieht euch das Outfit an, was ihr gerade gespeichert habt. Läuft dann weg und danach hat er die Maske auf von dem Heist-Overroll. Dieses Outfit müsst ihr euch dann speichern. Und wenn ihr das dann habt, dann geht ihr einfach unter Start Online und Jobs spielen, von Rockstar erstellt, Missionen und startet irgendeine Kontaktmission. Ich habe jetzt einfach mal die Mission einen Job für einen Titan genommen, weil die halt ganz oben ist. Ihr könnt auch hier die andere spielen. Danach, sobald ihr das ja im Ladebildschirm seid, danach startet ihr auch die Mission. Und sobald ihr dann im Apartment wieder gespawnt seid, geht ihr auf euer Handy und verlässt diese Mission wieder. Wenn ihr jetzt also wieder im freien Modus angelangt seid, müsst ihr einfach über euer Interaktionsmenü wieder das eben gespeicherte Outfit mit der Gasmaske anziehen und zurück in euer Apartment gehen. Wenn ihr dann in eurem Apartment angekommen seid, müsst ihr einfach die Mission nochmal spielen. Also wieder Start Online Jobs von Rockstar erstellt, Missionen und wieder dieselben Mission spielen, die ihr gerade eben schon gespielt habt. Und die müsst ihr auch ganz normal starten, bis ihr dann wieder hier im Apartment seid. Und wie ihr schon sehen könnt, fehlen euch die Oberarmen, das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Dann müsst ihr jetzt nur wieder zurück in euren Klamotten- oder Kleiderschrank gehen und dann auf Hemden für Westen gehen. Wenn ihr das dann hier soweit habt, dann geht ihr runter auf weißes Hemdärmelhalter. Lasst euch nicht irritieren, das wird erstmal ganz komisch angezeigt, so als ob es gar nichts bewirkt. Aber sobald ihr X drückt, seht ihr da schon, dass es so ein bisschen rumspackt und durch die Klamotten durchgeht. Und dann wisst ihr auf jeden Fall, dass es schon mal geklappt hat. Und das Outfit müsst ihr jetzt euch speichern und dann ganz normal wieder über euer Handy die Mission wieder verlassen, bis ihr wieder im freien Modus seid. Wenn ihr dann dort angekommen seid, geht ihr einfach in das nächste Bekleidungsgeschäft, wo ihr halt in der Nähe liegt und kauft dann folgende Sachen ein, die halt zu dem Outfit jetzt noch passen. Und in meinem Fall war das dann unter Sporthosen die Hose Schädelfitnesshose, die dazu gepasst hat, meiner Meinung nach. Aber ihr seid da ja offen, ihr könnt euch ja die anziehen, worauf ihr Bock habt. Aber da ich euch ja ein komplettes Outfit erstelle, zeige ich euch einfach die Sachen, die ich dazu verwendet habe. Aber wie gesagt, ihr könnt auch jederzeit was anderes auch noch anziehen. Und danach bin ich unter Stiefel gegangen und habe mir dann irgendwelche schwarzen Stiefel rausgesucht, die ungefähr zu der Hose passen. Wenn ihr das dann habt, müsst ihr zurück in euer Apartment gehen, zu eurem Kleiderschrank und das ganze Outfit mal speichern. Wenn ihr das dann gespeichert habt, dann geht ihr wieder zurück auf Outfits, Raubüberfälle, Overalls und zieht euch wieder diesen Quarantäne-Overall an. Weil dann müsst ihr jetzt nochmal den Glitch mit dem Fernrohr machen, deswegen den Heist-Overall nicht speichern, sondern nur anziehen, nachdem ihr das verpackte Outfit schon gespeichert habt. Und jetzt müsst ihr den ganzen Fernrohr-Glitch wieder machen, und zwar ihr rennt wieder vorbei, drückt das Steuerkreuz nach rechts, um nicht in das Fernrohr reinzuschauen, sondern um über das Interaktionsmenü noch ein paar Sachen ändern zu können. Dann geht ihr unter Stil, unter Outfit, sucht euch das Outfit aus, das ihr gerade eben gespeichert habt, geht dann auf Accessoires, sucht euch eine passende Brille aus, in meinem Fall war es halt die Sternrahmenbrille, und dann sucht ihr euch noch einen Helm oder einen Hut oder eine Maske oder sonst irgendwas aus, was ihr halt gerade Bock habt. Ich habe jetzt einfach mal einen schwarzen Helm genommen, das passt ein bisschen dazu, farblich, und danach schließt ihr das Ganze und läuft einfach nur vom Fernrohr weg, und bam, ihr habt auch noch die Maske, und es sieht richtig geil aus, wie ich finde. Also, wenn ihr sowas in Zukunft öfter sehen möchtet, dann schreibt es mir in die Kommentare, lasst ein Like da, falls euch sowas gefallen hat, und dann je nachdem, ne, würde ich mal sagen, wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, und wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut rein, macht's gut, ciao!